Herzlich Willkommen zurück zum Pokémon Tekken Part Nummer 7? 8? Ich weiß es gerade nicht. Ja, ich habe mal ein paar Amiibos nochmal runtergeholt. Hier Mr. Game & Watch, mal die Spezialbonis abholen. Unnachgiebiger Trainer. Man kann ja 5 Amiibos am Tag auf das Gamepad stellen. Oh, Geld bekommen, das ist immer gut. Nehmen wir hier den coolen Zelda Twilight HD Amiibo. Der uns einen Kuschelschall gibt. Wow, und einmal Rosalina. Yay, die habe ich glaube ich schon, die Weihnachtsmüße. Und einmal Ouija. Geduldig und Ausdauern. Okay, so coole Sachen waren heute nicht dabei. Okay, weiter geht es in der Ferrum-Liga. Nicht die grüne Liga, willst du denn des Wahnsinns? Wir wollen in der blauen Liga weiter aufsteigen. Die grüne Liga haben wir doch schon hinter uns. Gegen einen Pikachu mit Gilberte. Darf ich bitten? Okay. Nehmen wir... Ne, wir sind mit Hierarchie und Elfuhn ganz gut dabei. Die Limit von Hierarchie, also die Limitsteigerung von Hierarchie ist ganz cool. Okay, wir haben noch 100%. Das ist schön. Da bin ich ja froh drum, dass mir das Knackrack das nicht zu sauer gemacht hat. Wir sind hier um Spaß zu haben am Arsch. Warum hat das Ding eigentlich Aim-Bot? So. Wieso bist du so klein, Pikachu? Das finde ich uncool. Nice. Ich bin über ihn drüber gesprungen. Lol. Hey, lass das mal. Hallo, 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 hallo. Oh na. Oh na. Nice, Slam. Come on and slam. Coming to the jam. Shielde du nur neben mir. Das ist immer gut, wenn du direkt neben mir stehst und ein Schild machst. Schade. Aua, 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 Aua. Aua. Was soll das? Geh weg mit deinem Dien. Haben wir ihn getroffen? Nice. Ach, weißt du was? Ich fühle mich auf, Pikachu. Komm, tschüss. Ah ja, auch. Aber ich mache meinen Angriff jetzt. Daneben. Weil Pikachu zu klein ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Weil fucking Pikachu zu klein ist. So. Hast du davon. Unglaublich, ey. Hau ich über ihn drüber. Ne, wahrscheinlich war er noch in der Dingsphase oder so. Wollen wir so machen. Einen kleinen Limit Boost. Pikachu hat seine Limit ja nicht mehr. Alter. Ey, der hat mich da durchgeboxt. Ey, Alter. Ey, jetzt zerstört mich dieses Pikachu schon wieder. Alter. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Das kann nicht dein Ernst sein. Ey, das kann nicht dein Ernst sein. Was ist denn jetzt mit dem Pikachu los? Alter. Alter, lass mich mal eben so machen. Ich kann nicht alles blocken, Alter. Das ist ein Problem. Na, was ist denn das? Warum zerstört mich das denn auf einmal? Dimiari. Weißt du was? So. Wieso zählt das nicht, wenn der da liegt? So. Zerstören wir dich. Schnauze voll Pikachu. Och, du großer Gott. Nice. Komm, lass ihn nicht... Nicht die Chance anzugreifen. Nein. Nice. Wie hab ich eigentlich den Ausweicher gemacht? Die Finte war endcool. Ich hab angetäuscht und bin weggegangen. Das war sehr cool. Hab ich so noch nicht benutzt. Muss mal rausfinden, wie ich das gerade gezielt benutzen kann. Okay. Uh. Offensiv, Defensiv, Technik. Fast alles voll. Bonus hab ich verkackt. Na ja. So, level up. Also manchmal... Ich verstehe halt nicht, warum ich die Pokémon teilweise verprügel und dann nächste Runde hauen die mich völlig kaputt. Ich werde euch zu Ehren tanzen. Okay. Okay, Logok. Du bist auch so ein Gegner, vor dem man immer Angst haben muss. Knackrack und Logok, das sind so... Heute wird sie zeigen, wie mein Training... Was mein Training gebracht hat. Warum redet ihr alle mit mir? Hört auf, mit mir zu reden. Trainiert habe ich. Keine Frage. Ich bin Rangliste 41 und kämpfe ich gegen einen mit 44. Verstehe ich nicht. So, hier 11 wohnen. Alles klar. Alter. Wow. Ich bin doch noch durchgeding... Okay, und jetzt runter. Ach, das ist echt die perfekte... Das ist leider echt die perfekte... Reichweite dafür. So, und runter. Klappt aber nicht immer irgendwie. Können wir nicht bitte blocken? Das wäre sehr cool gerade. Ach, komm. So, einmal 11 wohnen. Und einmal den Schlag blocken. Und tschüss. Danke. Die werden echt knackig. Ich habe Angst. Mein Skill wird nicht reichen später. Das ist echt uncool. Warte mal, ich booste mal eben mein Limit. Der dürfte dann voll sein. Genau, und dann machen wir so. Oh, okay, warte. Das prügeln wir aber raus. Das... Hallo? Wieso kann ich... Helfer leisten? Hä, was? Ich will ja nicht Helfer leisten. Ich will eigentlich... Nein! Blocken! Okay. Wieso kann ich nicht... Hä? Den Mitschlag verbraucht? Habe ich doch gar nicht. Was habe ich denn jetzt verpasst? Das war irgendwie merkwürdig. Ich habe den Mitschlag doch gar nicht verbraucht. Das war echt merkwürdig. Lass mich mal weg. Oh Gott. Helferleister voll. Ganz cool. Okay, warte mal. Oh Gott. Ergriff sinkt. Lass mich mal eben Hel... Ja, ich will machen. Verprügel mich jetzt nicht wieder. Hallo? Pissvieh. Boah, was ist passiert? Nein, was? Höh! 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 Ich hatte kurze Angst. Oh mein Gott. Er hat gerade nicht das gemacht, was ich wollte. Oh mein Gott. Ja, schnurr dir einen zurecht, Gewaldro. Alter. Level up. Ich brauche mehr Verteidigung. Nee, warte. Ich brauche mehr Resonanz. 30 mal gekämpft. Anfänger. Jan, danke. 30 Kämpfe gewonnen. Gibt auch einen. Talentierter Trainer. Dankeschön. Aha. Okay. Oh, Lucario. Oh nein. Und danach kommt ein Knackrack. Oh, da habe ich doch Angst vor. Ich sage euch, ein Knackrack wird meine Sieges- Serie zerstören. Das wird uncool. Oh, Geisterhaus. Kennt man das schon? Das kennt man doch gar nicht, ne? Das ist eine coole Map. Die Musik ist cool. Nee, nee. Lass das mal sein. Nice. Phasenwechsel direkt. Komm. Gut, dass ich gerade nicht reingegangen bin. Zu ihm. Aua. 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 Das ist uncool gerade. Nice. Okay. Habe ich jetzt. Okay. Das sah gerade kurz anders aus. Ich war kurz erschrocken. Kurz erschrocken, als ob er mich gerade voll weggewärmst hätte. Weil das sah anders aus. Als ob er irgendwie was gemacht hat, was irgendwie nicht ging. Einmal boosten. Schilden. Ging nicht mehr. Okay, egal. So, jetzt sind wir voll. Machen den hier. Okay, nice. Und Attacke. Nice. 200 Schaden. Verprügeln. Hinterher. Boah, wie man durch den Schild boxen kann mit dem Angriff. Das ist echt krass. Sieg. Sehr schön. Wird ein Level? Nee, okay. Jetzt haben wir deutlich weniger Erfahrungswunde bekommen schon. Yeah, eine Brille. Oh, Knack, krack. Das wird uncool. Mein Erzfeind. Oh, Mann. Du wirst Greifangriffe hassen lernen. Alles klar. Knack, krack. Oh, alte Stadt im Ferrum Winter. Die Pokémon im Hintergrund sind immer sehr schön. Time for battle. Go show them what you're made of. So. Ja. Lol. Lol. Das war da zweimal reinrennen. Okay, nice. Nice move. Nein, aus. Huch, was passiert? Nicht gesehen, was passiert ist. Okay, block du nur. Uiuiui. Ui. Nein. Da hab ich mich erwischt. So, elf Huhn, mach mal. Und so. Nein. Das solltest du so machen, aber das bringt es ja nicht mehr. Jawoll. Erstmal vergiftet. Sehr gut. Nein. Aua. Aua. Nein. Ich will den jetzt einfach nur hauen. Ach, weißt du was? So. Da kam noch die Saat. Wupp. Die ihn, glaub ich, auch getroffen hätte. So, Hierarchie. Und meine Limit ist voll. Das ist cool. Ja, mach du nur. Er läuft auch noch voll rein. Was ein Trottel. So. Und. Hinterher. Ich hoffe, er ist nicht in der Cooldown. Er ist drin, okay. Aber die haben ja noch so eine ganz, ganz kurze Schutzzeit, wenn sie landen. Okay, 200 Schaden. Sehr gut. Und den Rest machen wir so. Ich hatte gehofft, die Saat trifft noch. Aber. Egal. Wir haben so gewonnen. Oh, Bonus, fast voll. Ich weiß immer noch nicht, was das beeinflusst. What the fuck? Jetzt sind die XP auf einmal deutlich weniger geworden. So, und Logok. Letzter Fight jetzt hier für den Part. Komm. Wir rocken hier jede Folge einfach fünf Kämpfe durch, damit wir immer weiterkommen. Bis ich nicht mehr weiterkomme. Logischerweise. Schon wieder die Map? Okay. Ah, nein. Ach, jetzt habe ich hier Achi genommen. Ist ja auch egal. Wird schon was. Boah. What have I done? Oh, nice, ey. Zerstöre ihn gerade ein bisschen. Das tut mir ein bisschen leid. Boah. Es hat geklappt. Ernsthaft? Komm, jetzt aber den letzten Schlag nicht versauen. Nein, er hat meinen Perfect zerstört. Ach, komm. So. Äh. Ja, eigentlich ist... Ach, komm. Schade, dass er da nicht reingerannt ist jetzt. So. Einmal den hier. Oh, nochmal direkt gegriffen. Das ist aber jetzt doof gelaufen. So. Und kriegen wir ihn? Nein, er ist an mir vorbeigelaufen. Okay. Machen wir halt so. Dann machen wir hier das Perfect halt. Auch okay. Ich muss unbedingt mal mit dem Schild arbeiten, habe ich gerade gemerkt. In der ersten Runde gegen Logok. Damit ich die ganzen Angriffe besser blocken kann. So, level up. Okay. Ähm. Komm, mehr Limit. Und wir kriegen... Gewiefter Taktir... 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 Oh mein Gott, was ist denn ein Wort? So. So, Platz 27. Müssen wir nochmal fünf Kämpfe machen, wa? Oder wie sieht das jetzt aus? Ja. Machen wir dann den nächsten Part. Oh, das ist wieder ein Knackrack, ey. Ich dreh durch. So. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Pokémon Tekken. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.